Was geht ab meine lieben Freunde, Jogi wird auch hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem weiteren Match aus unserem Frühlingscup 2021 und diesmal sind es die Triatrons, die hier gegen die Harpien antreten. Es ist ja das zweite Match in unserem 8 Deck Tournament. Bislang sind es die Dinos, die sich den ersten Platz im Halbfinale mit einem 2 zu 1 Sieg gegen die Studiak Tri Brigade sichern konnten. Unser Rogue-Content der Harpien werden es in diesem Matchup gegen Triatron, ich würde mal fast behaupten, einem der Favoriten auf den Sieg, definitiv nicht einfach haben. Auch diesmal haben wir hier Benni und Garnele mit am Start, Garnele übernimmt die Seite von Triatrons und Benni spielt für die Harpien. Mit einer 8 gewinnt Garnele hier den Würfelwurf und das war für ihn ganz entscheidend, denn sein Deck ist definitiv auf Going First ausgelegt. Daher ist es hier keine Überraschung, dass der natürlich beginnende. Und er beginnt das Ganze, indem er sein Alpha in der Hand aktiviert, indem er nun ein anderes Triatron-Monster oder ein Ritualmonster von seiner Hand oder Feld-Ostribut anbietet, kann er die Karte dann specialen und sich dann auch noch zusätzlichen Ritualmonster von seinem Deck seiner Hand hinzufügen. Und es ist, glaube ich, keine Überraschung, dass er sich an der Stelle für den Cyber-Angel Benton entscheidet. Eine Karte, die auf der letzten Bandliste auf 1 gehittet wurde und somit das Deck ein bisschen schwächer gemacht hat, aber definitiv noch nicht so, dass das Deck unspielbar ist. Als nächstes aktiviert er Sita im Grave und bietet Benton als Tribut an. Dadurch kann er dann das Monster in Verteidigungsposition specialen und sich dann eine Ritual-Zauberkarte vom Deck auf die Hand holen. Er entscheidet sich für Mithéonis Triatron. Und da Benton als Tribut angeboten wurde, aktiviert sich ihr Effekt und er kann sich ein Lichtfädenmonster von seinem Deck seiner Hand hinzufügen. Und an der Stelle nimmt er dann den Manju der 10.000 Hände. Dieser wird dann auch sofort als Normalbeschwörung beschworen und am Sammlern aktiviert sich sein Effekt. Nun kann er sich ein Ritualmonster oder eine Ritual-Zauberkarte von seinem Deck seiner Hand hinzufügen. Als Target entscheidet er sich an der Stelle für den Cyber-Engel Idaten. Als nächstes aktiviert er seine Ritual-Zauberkarte mit Mithéonis Triatron und opfert seinen Triatron Alpha. Dadurch kann er den Megalith Pool beschwören. Wenn Pool als Ritualbeschwörung beschwören wird, aktiviert sich sein Effekt. Er kann nun einen Monster in seinem Grave targeten. Dadurch wird Pool die Stufe von dem Monster übernehmen und er kann sich das Target dann auf die Hand holen. Er entscheidet sich für Cyber-Engel Benton und nutzt auch sofort den zweiten Effekt von Pool. Dadurch kann er eine Megalith-Ritualbeschwörung direkt von seinem Deck durchführen. Er bietet also Benton als Tribut an und beschwört den Megalith auf viel. Wir haben hier Chainlink 1 Benton, Chainlink 2 Ophiel. Ophiel erlaubt, dass ihm ein Megalith-Monster von seinem Deck auf die Hand holen. Und Benton hatten wir ja schon einmal gehabt. Dadurch kann er sich ein Licht-Feen-Monster ebenfalls auf die Hand holen. Durch den Effekt von Ophiel holt er sich den Megalith-Bethor auf die Hand. Und durch Cyber-Engel Benton schnappt er sich dann Eva. Er macht dann weiter, indem er den Effekt von Ophiel nutzt. Nun kann er eine Ritualbeschwörung durchführen, indem er Monster von seiner Hand oder Feld das Tribut anbietet, dessen Stufe gleich oder höher ist als die des zu beschworenden Monstern. Und als Ziel entscheidet er sich dafür sein Cyber-Engel Idaten. Und zusammen wird der Effekt von Idaten aktiviert und er kann sich eine Ritual-Zauberkarte von seinem Deck oder Friedhof seiner Hand hinzufügen. Und als Ziel entscheidet er sich dafür den Metionist Tritron. Als nächstes kommt er an der Gang 6 Xyz-Beschwörung und er beschwört die Beatrice. Aktiviert auch sofort ihren Effekt, hängt Material ab und kann dadurch eine Karte von seinem Deck auf den Friedhof legen. Er wirft den Herald der Endgültigkeit auf den Friedhof, aktiviert als nächstes die Ritual-Zauberkarte mit Deonist Tritron, bietet seinen Sita als Tribut an und kann den Herald dann auf das Feld bringen. Eine unglaublich starke Karte mit einem Omni-Nigate, die dazu auch Special Summons annulieren kann, das Ganze nicht once per Turn und alles was er dafür machen muss, ist ein Feenmonster abwerfen. Damit übernimmt Garnele schon den Zug an Benny, aber schon in seiner Drawface aktiviert er den Effekt von Beatrice, hängt Material ab und kann dadurch eben nochmal eine weitere Karte von seinem Deck in Grave legen und diesmal entscheidet er sich für seinen Tritron Gamma. Benny wechselt in die Mainface und aktiviert dort als erstes den Effekt von seiner Harpien-Königin, dadurch kann er sich die Jagdgründer der Harpien direkt von seinem Deck auf die Hand holen. Nach einer kurzen Überlegung entscheidet sich Benny dafür, die Karte auch sofort auszuspielen. Wenn die Jagdgründer der Harpien auf dem Feld liegt, muss jedes Mal eine Zauber- oder Fallengarte zerstört werden, wenn ein Harpien-Monster auf das Feld beschworen wird. Außerdem bekommen alle Winged-Beast-Monster einen 200 Attack und Death-Bush. Garnele will nichts damit zu tun haben und aktiviert an Activation den Effekt von seinem Herald, indem er nun ein Feenmonster abwirft, kann er die Karte annulieren und zerstören. Er wurft Eva ab und dadurch wird der Effekt aktiviert, nun kann er bis zu zwei Lichtfeenmonster von seinem Free-To-House im Spiel entfernen und dadurch ist es ihm dann erlaubt, dieselbe Anzahl von Lichtfeenmonstern, allerdings Stufe 2 oder niedriger, von seinem Deck auf die Hand zu holen, was einem Herald eben zwei zusätzliche Negates verschafft. Er verband also zwei Monster und holt sich den kleinen Cyber-Engel und den orangenen Herald. Da dagegen kann Benni im Moment nicht viel machen, er setzt bloß den Monster in die verdeckte Verteidigungsposition, zusätzlich legt er noch eine Karte verdeckt und geht in die Endphase und übergibt somit den Zug an Garnele wieder. Und Garnele legt los, indem er den Effekt von Gamma im Friedhof aktiviert, kann Cita als Tribut anbieten und dadurch eben dann Gamma wiederbeleben und wenn Gamma wiederbeleben wird, bringt er gleich nochmal ein weiteres Monster mit und da entscheidet er sich für den Tritrone Alpha. Er macht dann weiter, indem er Alpha weglinkt und dadurch den Linko-Rieber beschwört und zusammenflippt Benni eine seiner verdeckten Karten und wir haben hier hysterische Party, allerdings will Garnele nichts damit zu tun haben und kettet da sofort den Effekt von seinem Herald an, wirft den kleinen Engel ab und kann dadurch eben den Effekt der Karte annullieren und zerstören. Allerdings muss Benni trotzdem die Kosten für die Aktivierung zahlen, das heißt er wirft da den Zeichen der Hysterie ab und kann die Karte dann in der Endphase aktivieren. Als nächstes nutzt Garnele den Effekt von Alpha im Grave und bietet Gamma als Tribut an, dadurch kann er eben Alpha wieder specialen und sich ein Ritualmonster von seinem Deck seiner Hand hinzufügen. Er sucht sich da sein Cyber-Engel die Daten und setzt seinen Zug fort, indem er den Effekt von Metionis Tritron im Friedhof aktiviert, nun muss er ein Tritron-Monster auf dem Feld wählen, das verliert dann genau 1000 Angriffspunkte und falls es das tut, kann er sich die Ritualsauberkarte wieder zurück auf die Hand holen. Er macht dann weiter, indem er den Effekt von Cita in seiner Hand aktiviert und seinen Alpha als Tribut anbietet, dadurch kann er das Monster specialen und sich eine Ritualsauberkarte auf die Hand holen und er entscheidet sich dafür Dawn of the Herald. Wechselt er als nächstes mit seiner B-Adresse in die Angriffsposition, so wie es aussieht macht er sich bereit in die Battlephase zu wechseln, entscheidet sich dann aber doch nochmal zuerst eine Zauberkarte Metionis Tritron zu aktivieren und eben seinen Megalith Bethel aus Ritualbeschwörung zu beschwören. Wenn Bethel aus Ritualbeschwörung beschworen wird, kann er sich Karten, die der Gegner kontrolliert, bis zu der Anzahl von Ritualmonstern mit unterschiedlichen Namen in seinem Friedhof fehlen und die Karten werden dann zerstört. Im Moment hat er bereits drei Karten, das heißt er könnte jetzt im Prinzip drei Karten auf der gegnerischen Spielballseite zerstören. Da Benny aber bloß eine Karte auf dem Feld hat, muss er sich gar keine größeren Gedanken über seine Targets machen und die eine vorhandene Karte zerstören. Er wechselt in die Battlephase und greift mit seiner Beatrice, Bethel und dem Linkoribo für insgesamt 4300 Lebenspunkte direkt an, so dass Benny nur noch 3700 Lebenspunkte übrig bleiben. Er wechselt in die Endphase und da aktiviert sich der Effekt von Bennys Harpien Harfenisten und er kann sich ein Wingbeastmonster mit 1500 oder weniger Attack von seinem Deck auf die Hand holen. Garnel entscheidet sich dafür, diesen Effekt nicht zu annullieren und Benny kann sich die Harpienkanalisierung von seinem Deck auf die Hand holen. Als nächstes triggert der Effekt von Zeichen der Hysterie, allerdings hat Garnel da keinen Bock drauf und entscheidet sich dafür, diesen Effekt mit seinem Herald zu annullieren. Definitiv die richtige Entscheidung, denn ansonsten wäre Benny in der Lage, drei Harpienkarten mit unterschiedlichen Namen voneinander von seinem Deck seine Hand hinzuzufügen. Benny ist wieder an der Reihe, er zieht seine Karte und wechselt in die Mainphase. Dort beschwört er als erstes seine Harpien-Chandeln als Normalbeschwörung und aktiviert auch gleich ihren Effekt. Indem er eine Harpienkarte abwirft, kann er ein Harpienmonster von seinem Deck in die offene Verteidigungsposition beschwören. Garnel will das nicht zulassen und chained da den Effekt von seinem Herald, allerdings hat Benny da eine Antwort drauf und aktiviert, dass seine Quickspire-Zauberkarte Schwalben ist, kann seinen Chandler dadurch austaggen und die Harpien-Parfümerin beschwören. Und zusammen wird der Effekt aktiviert und er kann sich eine Zauber- bzw. Fallengart in seinem Deck suchen, die ausdrücklich Harpien-Schwester in ihrem Text erwähnt. Als Target entscheidet er sich dafür vornehmer Gottist und die Zauberkarte wird auch sofort ausgespielt. Dadurch kann er sich in Harpien-Lady oder Harpien-Lady-Sister-Monster von seinem Deck direkt auf das Feld-Special. Er beschwört also die Harpien-Lady Nummer 1 und solange sie sich offen auf dem Spielfeld befindet, kriegen alle Windmonster einen 300-Attack-Boost. Er wechselt anschließend in die Battle-Phase und greift als erstes mit Harpien Nummer 1 seinen Linko-Weber an. Garnel chainet natürlich den Effekt von Linko-Weber, um den Angriff von Harpien zu Null werden zu lassen. Anschließend greift er mit der Parfümerin seinen Bathor an, sodass sein Monster zerstört wird und er 200 Lebenspunkte schadens kassiert. Er wechselt anschließend in die Main-Phase 2 und macht aus seinen beiden Monstern eine Rang-4-Exis-Beschwörung und beschwört an der Stelle den Dweller. Zu seinem Glück hat er Garnelie keine Feen-Monster mehr auf der Hand, ansonsten hat er dieses Sammen definitiv annulliert. Dweller ist eine sehr starke Karte in diesem Match-Up, da Triodon definitiv auf seinen Friedhof angewiesen ist. Viel mehr kann Benni aber nicht mehr machen, er lässt Garnelie noch einmal kurz sein Deck cutten und wechselt in die End-Phase. Garnelie zieht seine Karte und bereits in der Draw-Way aktiviert den Effekt vom Dweller und hängt ein Material von der Karte ab. Jetzt muss er nur noch hoffen, dass Garnelie jetzt hier kein Feen-Monster nachgezogen hat, ansonsten konnte er den Effekt jetzt annullieren. Und so wie es aussieht, ist das nicht der Fall und so geht der Effekt vom Dweller durch und Garnelie muss die Runde auf die Friedhofseffekte seiner Monster verzichten. Ohne die Friedhofseffekte seiner Monster wechselt er direkt in die Battle-Phase und greift mit seiner Beatrice seinen Dweller an, wodurch das Monster dann zerstört wird. Anschließend geht er sofort in die End-Phase und übergibt den Zug zurück an Benni. Und er legt los, indem er Harpien-Parfumer in das Normalbeschwörung beschwört und aktiviert ihren Effekt. Dadurch kann er sich eine Zauber- bzw. Fallenkarte vom Deck suchen, die explizit Harpien-Schwestern in ihrem Text erwähnt. Aber Benni schmeißt sich da ein paar Cheatgoats rein und holt sich stattdessen den Harpien-Federsturm. Eine Karte, die er sich durch diesen Effekt eigentlich erst gar nicht holen darf, denn da wurden die Harpien-Schwestern nicht erwähnt. Ein Fehler, der an der Stelle niemandem aufgefallen ist und so geht es dann eben weiter. Als er sich dann die Karte auf die Hand geholt hat, ist ihm der Fehler dann doch nochmal aufgefallen und er konnte ihn korrigieren, indem er die Karte wieder zurück ins Deck reingeschaffelt hat und sich dann eben vornehmer Egotist gesucht hat. Die Karte wurde dann auch sofort ausgespielt und er konnte sich eine Harpien Nummer 1 von seinem Deck auf das Fels baschen. Er macht dann weiter, indem er mit seinen beiden Monstern eine Reich 4 Beschwörung und den Utopia Double macht, aktiviert auch sofort seinen Effekt, kann Material abhängen und sich dadurch die Zauberkarte doppelt oder nichts von seinem Deck auf die Hand suchen und anschließend auch noch ein Utopia-Monster von seinem Ex-Elect beschwören, außer eben Utopia Double und zusätzlich werden seine Angriffspunkte dann auch nochmal verdoppelt. Sein Utopia hat also nun 5000 Angriffspunkte, die er mit Hilfe der Zauberkarte doppelt oder nichts jederzeit auf 10.000 verdoppeln kann. Utopia Double und dieser Angriff mit 10.000 Angriffspunkten ist auch die größte Win-Condition von seinem Deck. Allerdings hat Garnele derzeit 7800 Lebenspunkte übrig und seine Beatrice hat 2500 Attack, sodass er nach einem Angriff von Utopia darauf mit 300 Lebenspunkten überleben würde. Also entscheidet sich Benni dafür, sein Herald der Endgültigkeit zu zerstören, wechselt anschließend in die Mainphase 2, mischt noch einmal kurz sein Deck und lässt Garnele ein letztes Mal cutten, bevor er dann in die Endphase geht und den Spielzug an Garnele wieder übergibt. Er ist wieder an der Reihe und im Gegensatz zu der letzten Runde kann er nun die Friedhofseffekte seiner Monster nutzen und genau damit fängt er auch an. Er aktiviert als erstes den Effekt von Alpha in seinem Friedhof, kann diesen dadurch eben specialen und sich dann noch ein Ritualmonster von seinem Deck auf die Hand holen. Dieses Mal entscheidet er sich als Target für seinen Cyberengel Natascha, aktiviert als nächstes den Friedhofseffekt von Meteornis Tritron, das haben wir ja schon mal gesehen, er muss nun ein Tritronmonster auf seinem Feld wählen und seine Angriffsstärke um 1000 reduzieren, dadurch kann er sich dann diese Ritualzauberkarte von seinem Friedhof wieder zurück auf die Hand holen. Und solange Garnele am Überlegen ist, wie er weitermachen soll, wollte ich euch darauf hinweisen, falls ihr nichts von dem Friedhofskap 2021 verpassen wollt, so denkt doch bitte daran, diesen Kanal zu abonnieren. Nun aber weiter mit dem Duell und Garnele aktiviert sein Meteornis Tritron und bietet sein Alphas Tribut an, dadurch kann er den Cyberengel Natascha spezial beschwören. Er nutzt den Effekt von Natascha und wählt Beatrice als Ziel, dadurch kriegt er nun die Hälfte von ihren Angriffspunkten zu seinen Lebenspunkten gutgeschrieben, das heißt er kriegt jetzt einen Boost von 1250 Lebenspunkte. Er macht dann weiter, indem er den Friedhofseffekt von Tritron Gamma aktiviert, indem er nun Nataschas Tribut anbietet, kann er sein Gamma Specialen und zusätzlich nochmal ein weiteres Tritronmonster von seinem Friedhof wiederbeleben. Als nächstes aktiviert er den Friedhofseffekt von Natascha, nun muss er ein Cyberengel Monster aus dem Spiel entfernen und dann muss er ein Monster des Gegners als Ziel wählen, anschließend kann er dann Natascha wiederbeleben und die Kontrolle über das gegnerische Monster übernehmen. Und an der Stelle sieht es für Benny alles andere als gut aus, Garnele wechselt in die Battle Phase und greift ihn mit allen seinen Monstern direkt an und holt sich somit den ersten Sieg in diesem Match. Game Nummer 2, da Benny hier das erste Game verloren hat, kann er auch entscheiden, wer von den beiden anfängt und er ist es natürlich, der hier anfangen will. Und ich denke, ohne diesen Herald auf dem Feld mit seinen unendlichen Negates, wird es für ihn deutlich einfacher sein, ein Board aufzubauen. Und Benny beginnt das Ganze, indem er seinen Harpien-Channel aus Normalbeschwörung beschwört, nutzt er auch gleich ihren Effekt, indem er nun eine Harpien-Karte von seiner Hand abwurft, kann ein Harpien-Monster von seinem Deck in die offene Verteidigungsposition beschwören. Er specialt sich dadurch die Harpien-Parfümerin und zusammen wird die Effekte aktiviert und er kann sich vornehmer Egotistik direkt von seinem Deck auf die Hand holen. Die Karte wird auch sofort ausgespielt, aber nicht nur einmal, sondern gleich zweimal, wodurch er dann eben zwei weitere Harpien direkt von seinem Deck auf das Feld specialen kann. Und er entscheidet sich dafür zweimal Harpien Nummer 1. Solange sich die beiden Harpien offen auf seiner Spielfeldseite befinden, bekommen alle seine Windmonster einen Push von 600 Attack. Als nächstes, was ich Benny eine ganze Weile unentschlossen, wie er jetzt da weitermachen soll, aber da Dweller im Game 1 die Runde von Garnela so gut wie übersprungen hat, entscheidet er sich im Endeffekt dafür, seine beiden Monster zu nehmen und einen Gang-4-Exis-Beschwörung zu machen und eben den Dweller aus seinem Extralegg zu beschwören. Jetzt muss er bloß hoffen, dass Garnela da jetzt keine Impermanents hat oder eben etwas anderes, um den Dweller aufzuhalten und dann kann er sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass der die nächste Runde überleben wird. Er macht dann weiter, indem er noch eine Karte verdeckt setzt, lässt Garnela noch ein letztes Mal sein Deck cutten und geht in die Endphase. Garnela ist also an der Reihe und er beginnt seinen Zug damit, indem er den Effekt von Tritron-Sita in seiner Hand aktiviert und Ben den dann als Kosten abwurft. Daraufhin kentet Benny dann den Effekt von seinem Dweller an, um Garneles Runde so gut wie zu beenden. Allerdings hat Garnela dann eine Antwort drauf und aktiviert sein Herald des Orangen des Lichts. Aber auch da hat Benny eine Antwort drauf und schmeißt da seinen Harpien-Federsturm ab, eine Fallenkarte, die er direkt aus seiner Hand aktivieren kann, solange ein Harpien-Monster auf dem Feld kontrolliert. Durch den Effekt der Fallenkarten werden alle Monster-Effekte von Garnela bis zum Ende des Spielzuges annulliert. Garnela macht weiter, indem er die Zauberkarte Tritron Nova aktiviert und specialt dann seinen Tritron Alpha in die Verteidigungsposition. Wollte das Monster dann weglinken, um den Link rüber zu beschwören. Allerdings ist ihm noch eingefallen, dass er mit dem Monster eigentlich noch angreifen kann und es dann definitiv der bessere Zug wäre, zu erstellen, Dweller zu zerstören. Also hat Benny es ihm noch einmal erlaubt, seinen Zug zurückzunehmen und eben den Alpha in Angriffsposition zu specialen. Er hat an der Stelle noch einmal kurz gecheckt, ob er mit dem Monster auch noch tatsächlich angreifen kann und genauso sieht es dann aus. Er wechselt also in die Battle Phase und greift dann mit seinem Alpha sein Dweller an. Dadurch wird sein Monster zerstört und Benny kriegt 300 Lebenspunkte Schaden. Anschließend wechselt er in die Main Phase 2 und beschwört dann seinen Linko-Rivo, geht dann in die End Phase und übergibt den Zug an Benny. Benny ist wieder in der Reihe, er zieht seine Karte und wechselt in die Main Phase. Ein Linko-Rivo ist natürlich nicht das, was Benny hier an der Stelle gerne sehen würde, denn seine Wind Condition ist ja Utopia mit dem Utopia Dabo und das Monster kann ihn nicht direkt angreifen. Und ja, der Linko-Rivo kann sich ja jederzeit austaggen, sodass der eben dann keinen Schaden machen würde. Er wechselt also in die Battle Phase und greift mit seiner ersten Hupier seinen Linko-Rivo und daraufhin kettet Garnele natürlich seinen Effekt an und dann greift Benny ihn mit der zweiten Hupier für 1900 Lebenspunkte Schaden direkt an, sodass Garnele an der Stelle nur noch 6100 Lebenspunkte übrig bleiben. Er wechselt anschließend in die Main Phase 2 und macht eine weitere Gang 4 Beschwörung. Diesmal beschwört er aber den Baguska. Solange Baguska auf dem Feld ist und sich in Verteidigungsposition befindet, werden alle Monster auf dem Feld in Death gedreht und ihre aktivierten Effekte werden annulliert. Garnele ist an der Reihe und er legt los, indem er den Effekt von Alpha in seinem Grave aktiviert und Sita als Tribut anbietet. Sein Vorteil ist natürlich, dass sich die Effekte komplett im Friedhof auflösen, sodass er eben von Baguska unbetroffen ist. Das heißt, Alpha wird dann in Death gespecialt und er kann sich dann nochmal ein Rito-A-Monster von seinem Deck in die Hand nehmen. Er entscheidet sich an der Stelle für den Herald der Endgültigkeit, macht dann weiter, indem er den Effekt von Sita im Grave aktiviert, den Herald abwürft und an ihm Sita specielt. Dadurch ist es ihm dann erlaubt, eine Ritual-Zauberkarte von seinem Deck auf die Hand zu holen. Er entscheidet sich dafür, sein Meteor in den Stride-Run, schnappt sich als erstes sein Extra-Deck und geht dann in eine Link-2-Beschwörung und nach einer kurzen Überlegung entscheidet er sich da, den Albtraum-Ritter Phoenix zu beschwören. Und sammelt wird der Effekt von Phoenix aktiviert und indem er eine Handkarte abwürft, kann er dann eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Feld zerstören. Da die verdeckte Karte eine Impermanence war, kann Penny diese noch flippen und den Effekt von Phoenix annullieren. Der eine oder andere würde sagen, das macht ihr nicht viel Sinn, aber eigentlich macht es durchaus Sinn, denn jetzt ist die mittlere Spalte für Garnelli gesperrt und er kann in der jetzt keine Zauberkarten aktivieren. Und falls er nicht daran denkt, werden die Effekte seiner Zauberkarten annulliert. Als nächstes spielt er seine Cyber-Emergency aus und da denkt er noch an die Zonen und spielt es auch in eine sichere. Dadurch kann er sich eben ein Cyber-Drachen-Monster oder ein Licht-Maschinen-Monster, welches nicht aus Normalbeschwörung beschworen würden, davor seinem Deck seine Hand hinzufügen. Er schnappt sich sein Dry-Tron-Gammo und nutzt auch sofort seinen Effekt und wurft Sita als Kosten ab. Dadurch kann er sich Gamma-Special und ein weiteres Dry-Tron-Monster wiederbeleben. Und da an der Stelle wird sein Sita eben wieder wiederbelebt. Als nächstes wollte er dann in eine Link-2-Beschwörung gehen, allerdings ist ihm dann eingefallen, dass der gar keine Link-Zonen mehr hat, also musste er seinen Plan noch einmal kurz überdenken und entscheidet sich im Endeffekt dafür, alle vier Monster wegzulinken, inklusive von Baguska und sich dafür ein neues Monster aus Blazing-Vortex zu beschwören, nämlich die Unterweltgöttin der geschlossenen Welt. Damit wechselt er auch anschließend in die Battle-Phase und greift Benny dann damit direkt an für insgesamt 3000 Lebenspunkte Schaden. Viel mehr kann er auch nicht mehr machen, er wechselt also in die End-Phase und übergibt den Zug an Benny. Aber auch Benny sind langsam die Ressourcen ausgegangen, er kann bloß eine Karte verdeckt setzen und den Zug wieder zurück zu übergeben. Garnelli ist dran und alles was er braucht ist im Prinzip bloß ein Ritual-Monster und genau das hat er jetzt auch nachgezogen. Er legt also los, indem er den Effekt von seinem Alpha im Grave aktiviert und seinen Megalift-Pool als Tribut anbietet. Dadurch kann er eben Alpha Special und sich ein Ritual-Monster auf die Hand holen. Und zusammenflippt Benny seine verdeckte Karte und wir haben hier die Superpole. Er fusioniert dann seine beiden Monster weg, um den Schlammdrachen des Sumpfes zu beschwören. Aber da der Effekt von Alpha ja trotzdem durchkommt, kann sich Garnelli eben ein weiteres Ritual-Monster auf die Hand schnappen und somit sind seine ganzen Monster-Effekte im Grave live. Er holt sich also durch den Effekt von Alpha seinen Cyber-Engel Idaten auf die Hand, aktiviert als nächstes den Effekt von Dry John Zeta im Grave, kann Idaten als Tribut anbieten, das Monster dann Special und sich dadurch eben eine Ritual-Zauberkarte von seinem Deck auf die Hand holen. Er nimmt sich Dawn of the Herald auf die Hand und macht dann weiter, indem er den Effekt von Meteornis Dry John im Grave aktiviert und seinen Zeta als Ziel bild. Dadurch verliert Zeta 1000 Angespunkte, aber er kann sich die Ritual-Zauberkarte zurück auf die Hand holen. Er nutzt als nächstes den Effekt von Gamma im Grave und bietet seinen Zeta als Tribut an. Dadurch kann er dann das Monster wiederbeleben und ein weiteres Dry John-Monster aus seinem Friedhof und entscheidet er sich eben für seinen Dry John Alpha. Das Deck hat ein unglaubliches Grind-Game, im Prinzip reicht er ein beliebiges Ritual-Monster oder ein Dry John-Monster und schon kann er durch alle seine Monster einmal durchretieren. Er hat jetzt also wieder zwei Stufe 1 Monster auf dem Feld, die er für weitere Link- oder Xyz-Plays nutzen kann. Nach einer kurzen Überlegung entscheidet er sich dafür, eine Rang-1-Beschwörung durchzuführen und macht den Overlay mit seinen beiden Monster, in den Lurelisk Nightingale. Das Monster kann die Lebenspunkte des Gegners direkt angreifen, er wechselt also in die Battle-Face und greift Benny für 400 Punkte direkt an, aber das ist nicht sein Hauptziel. In der Main Phase 2 beschwörte dann den Downer Magician und da ein Xyz-Monster in der Runde gekämpft hat, ist es ihm dann erlaubt, den Zeus eben drauf zu beschwören. Er hat jetzt also an der Stelle einen Zeus mit vier Materialien, das heißt, er kann seinen Effekt zweimal nutzen, wodurch er eben als Quick-Effekt zweimal das komplette Board räumen kann. Der Zeus wird in Death beschworen, Garnele wechselt in die Endphase und übergibt den Zug an Benny. Benny ist an der Reihe und er beginnt, indem er seine Harpien-Herr von Nisten als Normalbeschwörung beschwört und sammelt, schennt Garnele den Effekt von Zeus an und hängt zwei Materialien ab. Aus Spaß sagt Benny, er aktiviert den Effekt von seinem Schlammdrachen und daraufhin kettet Garnele erneut den Effekt von Zeus und verschwendet somit alle seine vier Materialien. Das muss man jetzt nicht verstehen, den Effekt einmal zu aktivieren hätte vollkommen gereicht. Während der Endphase triggert noch einmal der Effekt der Harpien-Nisten und er kann sich ein geflügeltes Ungeheuermonster mit 1500 Teig oder weniger von seinem Deck seiner Hand hinzufügen. Garnele ist an der Reihe und alles was er braucht, ist ein Ritualmonster und dann kann er das Spiel für sich entscheiden. Seine gezogene Karte war Vorbereitung der Riten, damit kann er sich ein Level 7 oder weniger Ritualmonster von seinem Deck auf die Hand holen. Damit ist das Spiel für Benny hier vorbei und er gibt dann auf. Mit einem klaren 2 zu 0 Sieg sichert sich hier Garnele uns eine Dry Drons den zweiten Platz im Halbfinale. Das ist es leid, das ist das Spiel. Untertitelung des ZDF, 2020